Hallo und hallo und hallo und willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit mir dem engleiiiiich Jo Leute, wir schauen mal wieder rein, was gibt es denn hier heute In Mamas Alt-Murge-Gamme-Statula haben wir den Mythic-Doktor Professor Farnsworth Ja, dann haben wir hier die Cognac-Tire-Box Die habe ich euch bereits vorgestellt mit Cognac-Bender, Thunder-Cocktails, Francine Smith, Beer-Festival-Wine-Trio und Bill Daughtery Plus diese ganzen Kombos hier Dann haben wir die Space-Tire-Box mit Laser-Guns, Dewey Pantry-Guns, Philip J. Fry, Planet-Express-Schiff, Neil Goldman und Peter, Space-Honey Hier und mit diesen ganzen Kombos dort hinten So, die habe ich euch auch bereits vorgestellt Hier haben wir den Mythic-Dale Der geht noch 3 Tage, 14 Stunden mit Gossen-Trunken-Boll, Jellybean-Schnaps, Weintrio, Francine Smith Ja Mythic-Dale bin ich jetzt kein großer Fan von Ja, dann sind wir auch schon in der Daily-Combo-Mastery heute angelangt Hier haben wir den Flag Defender Und der Flag Defender ist halt wieder mal eine Bill-Kombo Schauen wir mal hier rein, was gibt's denn da So, das ist das da So, wir mal gucken, Flag Defender Ist diese da So, da haben wir einen Bill Daughtery, den kann ich eigentlich schon gleich maxen Den haben wir ja sowieso bis zur Legendary Version Das ist einmal hier mit So, dann haben wir auf der rechten Seite was raus mit Revanche Dann kriegst du Leben mit hinzu Wenn eine Kommung gespielt wird Und Angriffspunkte und davon nicht allzu wenig Ähm Ja, hier lohnen sich durchaus 10% Aber Muss jeder von euch selber entscheiden, ob er 500 Gems da reinpayen möchte In den Flag Defender So, jetzt haben wir die Flying Dream Sequence Ähm Das ist diese da Hier mit Eine Francine Smith Mit Einem Planet Express Schiff Und dann kommt auf der rechten Seite eben das raus mit Schild und Cheers Und das ist jetzt nie so der Oberbringer Klicken wir gleich wieder weg 500 Gems gibt dafür mit Sicherheit keine aus Der Jack Slamminux Mega geile Kombo Ähm Hab ich auch schon mir Geholt So, gucken wir mal, wenn wir den maxen Naja, was heißt mega geil inzwischen Ja 16-fach berauscht Und du kriegst halt Angriffspunkte mit hinzu Wenn dann eine Kombo gespielt wird Ne Das heißt also, du kriegst gleich den Double Push Wenn du so willst Und hier Ähm Natürlich mit der Mythic Version Wird das Ganze dann nochmal umso heißer Mit 22-fach berauscht 20 Angriff Ja, ich hab mal 10% reingepaylt Aber Aber Schon Als er das letzte Mal drin war Aber mehr würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht machen Also Ähm Ähm Und schon So